Befinden Sie sich in einem Meeting, finden Sie hier unten Ihre Audio- und Videoeinstellungen. Hier können Sie Ihr Mikrofon stumm schalten oder die Stummschaltung wieder aufheben. Klicken Sie hier auf den kleinen Pfeil, öffnen sich weitere Optionen. Sie können hier zwischen verschiedenen Lautsprechern bzw. Kopfhörern sowie zwischen verschiedenen Mikrofonen wählen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Manchmal kommt es vor, dass Sie bei einem Wahl in einem Meeting andere nicht hören oder andere Sie nicht hören. Obwohl die korrekten Quellen gewählt sind. In dem Fall empfehlen wir, Ihr Mikrofon und Ihre Lautsprecher bzw. Kopfhörer einmal zu wechseln und diese im Anschluss erneut auszuwählen. In der Regel löst dies das Problem. Außerdem können Sie hier einstellen, für welchen Fall Ihr Mikrofon Ton optimiert werden soll. Dazu gleich mehr. Klicken Sie nämlich hier auf Audio-Einstellungen, öffnet sich ein neues Menü. Hier können Sie Ihre Lautsprecher oder Ihr Mikrofon testen. Auch hier finden Sie erneut die Optimierungseinstellungen für Ihren Mikrofon Ton, samt detaillierten Beschreibungen, wofür der jeweilige Modus geeignet ist. Hier befinden sich die Videooptionen. Sie können hier Ihre Kamera deaktivieren und wieder starten. Haben Sie mehrere Webcams, können Sie hier zwischen diesen wechseln. Außerdem lassen sich hier virtuelle Hintergründe für Ihr Kamerabild wählen. Dies funktioniert jedoch nur auf Geräten, die eine gewisse Leistungsstärke an den Tag bringen. Zu guter Letzt befinden sich hier die erweiterten Video-Einstellungen. Hier lässt sich die Auflösung Ihres Videobilds reduzieren, wodurch Datenübertragung bei schlechter Verbindung eingespart werden kann. Reicht auch das nicht, muss die Kamera eventuell ganz deaktiviert werden. Reicht auch das nicht, muss die Kamera sein.